Musik Ja, moin ihr Lieben, da sind wir wieder! Ne, da bin ich wieder. Ach, Geo! Wieso immer wir? Du! Ja. So, jetzt müssen wir die Mittelelemente aufnehmen. Wir waren ja in der letzten Folge stehen geblieben mit Das müssen wir mal ein bisschen rüberdrehen erstmal hier in den ganzen Kram. Ah. Ups. Ja, da muss man... Das Problem ist immer, man muss sich komplett umdenken. Wow. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Meine Fresse, bin ich so blöd? Scheint's wohl so. Bin da völlig aus dem Patt. Oh mein. Ich muss hier näher ran. Ja, näher ran muss ich. Boah, ist das schwierig. Wo bin ich denn jetzt hier? So, meine Fresse. Ja. Noch mal los. Eigentlich wollte ich den anderen haben. Den daneben. Ja. Welch Action? Oh, jetzt haben wir fast dreieinhalb Minuten gebraucht. Ups. Nicht den Boden versenken, bitte. Na, nicht so aufschwenken lassen. Kriegen wir alles hin. Piu. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder in die richtige Position drehen. Ich würde den gar nicht so großartig drehen. Oder ist das, glaube ich, egal, ne? Bei den Dingern. Sieht so aus. Aber wir müssen ja jetzt in die Mitte von der Brücke. Jetzt drehen wir die ganze Geschichte mal ein Stück. Langsam. Mit Gefühl. Herr Miles. Nein. Schwenke ich jetzt nur nach rechts oder links? Ich muss aber zurück. Da muss ich hin. Weiter geht nicht. Okay. Langsam, 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 langsam. Abwärts, 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 abwärts. So. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Oh, irgendwie habe ich den Denkfehler. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Hmm. Na, endlich! Aha, die Kameraansicht, ne? Damit kann man auch schon einiges machen. Das ist nur die Frage, ob ich das hier von der Innenansicht mit dem anderen Dings geschissen kriege. Das glaube ich nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ne, ihr Hübschen? Schauen wir mal alles mal. Ausschwenken lassen. Schauen wir mal. Mhm, 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 mhm. So weit, so weit, so weit. So weit, so weit, so weit. So weit, so weit, so weit. Na, das wird so nix. Dann muss ich mal eben in die andere Position. Ja. So ganz so verkehrt sind wir gar nicht. Ja. Die Position war doch besser, oder? Von der Innenansicht. Juhu. Puh. Ha, 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 ha. Gar nicht so verschlecht. Jetzt haben wir wieder ein paar XBs gekriegt. Ja, Geo. Ja. Ach, welch Action. So, was muss ich denn jetzt machen? Besorge vier Markantholz. Leerche. Toll. Im markierten Bereich. Und was soll ich noch holen? Animierungseisen. Mhm. Und wo ist der Bereich? Keine Ahnung. Da. Okay. Ach, jetzt bräuchte ich den anderen LKW. Tralalala. So. Okidoki. So, was machen wir denn da? Äh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, wo ist er denn? Fritsche Magen mit Kran. Jo. Ach, der Betonkübel ist da noch drauf. Ja, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. In der Zwischenzeit bringe ich mal eben den Betonkübel rüber. Und dann geht's morgen weiter. Und ich danke euch nochmal fürs Zuschauen. Und ihr wisst ja schon. Montag bleiben. Tschüss.